Ich bin auf! Wir machen weiter mit Uncharted, Drakes Schicksal. Ich habe doch letztes Mal gar nicht hier oben aufgehört. Ich war hier unten. Jetzt ist er automatisch hier oben. Ich habe über die Kletterpassage gespart. Ja, hier unten haben wir aufgehört. Schauen, ob es noch etwas hat. Nein. Ja, dann gehen wir weiter jetzt. Ich muss hier runter. Keine Ahnung mehr. Ich weiss gar nicht, wo ich hin muss. Ich habe es vergessen. Hopp! Ich wollte in den Kopf. Dann halt so. Wie komme ich denn da jetzt? Ich bin nur Gott zu Willen. Ah! Jetzt habe ich gemeint, ich habe da gerade an den Fensterrahmen. Da oben dort. Entschuldigung. Komm, spiele ich schon wieder der erste Fall. Warum kann ich den da nicht an den Fensterrahmen? An den kann ich den Kump, aber an den rechts daneben nicht. Ha! Komm ins Spiel. Komm ins Spiel. Komm ins Spiel. Elie fährt dort. Hier unten. Alles klar. Hier unten. Alles klar. Hier unten. Und hier kann sie schiessen. Hier schiesst er. Gut. Erledige sie Elena! Hier unten ist noch einer. Versunkene Stadt sind wir da. Die Stadt hat wahrscheinlich den Fluch von diesem Schatz getroffen. Die Fässer müssen weg. Gut. 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 Eher hat gebraucht. Und wenn es noch einer war. Sie Und weiter Schöne mal Ich schieße einen hinter der Ecke Nein, jetzt schiesse ich mich noch selber ab Shit, jetzt geht es mir ab Rückwärts, ich muss mich regenerieren Jetzt habe ich mich selber fast schon in die Luft gesprengt, als ich davor dran die Mauer geschossen habe Hier Coole Waffe Eine habe ich auch schon aufgenommen Aber das Problem ist, dass ich kaum Schuss Ähm, wir sind hier in der Sackgasse Das ist etwas hier Da kann ich nicht rein Oh, jetzt schiebe ich hier auf Ich muss irgendwo hier aussteigen Das fällt mir raus Ich sehe mir doch eine Tipp an Er zeigt inzwischen schon wieder weg Ähm Ich gucke, ob er irgendwo durch kann, hier nicht. Ah, wo bin ich da? Zum Glück gibt es da Tipps. Das habe ich eingeschaltet. Du kannst schon ausschalten, dass du keine Tipps bekommst. Ich habe gerade gesucht. Du musst diesen Turm erreichen. Ich warte dann am Zollhaus auf dich. Jupp. Wo fährt er jetzt durch? Auf die Zoll. Oh, 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 oh. Okay. Super, hey. Hey! Ich bin voll überrascht hier. Headshot. Natürlich klappt es wieder nicht. Granadas haben wir voll. Schrot will ich nicht. Pulsionen dort. Ich bin zum Glück weit hinten. Treffe mich nach hinten. Hä? Scheibe. Ich glaube der Vorderer ist tot. Ich glaube der Vorderer ist tot. Nein, auch nicht. Hey, jetzt zähle ich auf den. Die Pflanze durch, das ist mühsam. Das Bad auf den Zeilen geht er weg. Dann haben wir noch den. Geht keine Deckung. Ich sehe ihn nicht, wenn wir da ... So. Da ist ihm noch ein wenig Munition verblödet. Und er hat ihm geschaffen. Das sind ja Granaten. Okay, jetzt kommt man ... Hier hinten. Es blicken hier nichts, sonst ... Schätzchen oder so. Und hier geht es sicher nicht. Oh! Hier ist noch ein Lichtaffekt. Ich fürchte muss hier ins Wasser. Ich kann mich da hinten halten. Oh nein, das ist eine schlechte Deckung. Die Amigen! Das ist mein Gericht. Die sind die Gericht. Genau. Deck-Tick! 4-0! Puh! Knapp gewesen zuvor. Wow, wieder kein Muni mehr. So, der ist ihm über. Nein. Das ist nur er. Ja. Ei, ei, ei. Ich bin leer geschossen. Jetzt gehe ich auf die Uzi. Dann nichts. Das Kalasch. Ja. Hallo. So. Da liegt doch nicht. Nein. Ah, das wäre die US. Die Magnum. Das Tor geht nicht auf. Das ist hier noch eine Kletterpassage. Waa, aber ist die Frage. Ob es da über. Schau, da gibt es mehrere Orte. Ja, doch hier. Ja. Die können es irgendwo noch als Versteck haben. Bis hier rüber sicher. Da. 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 Und so schon sind wir dann. Ich hoffe, ich habe keinen Schatz verpasst. Die Frage ist jetzt hier. Ob er hier noch irgendwo rüber kann. Oder hier direkt runter kann. Hier hängt er mir nicht runter. Oh, jetzt komme ich direkt. Das wollte ich eigentlich nicht so. Nein. In Ordnung. Ich wollte jetzt die Schatz. Ich wollte es nicht erreichen. Oh. in Ordnung. Los, wir gehen kommen. Hey, ja, ja, ja. So, jetzt. In New Head. Du bist Fischfutter. Nein, dann geht auf die... Ah. Die muss ich sparen. Es ist hier. Ich sehe ihn. Ich gehe mal mit der Magnum auf. Er ist da drüben. Ich versiere. Okay. Regenerieren. Ah, der trifft mich da. So. Ich zeige dich. Gut. Shit. Ich kann die Pistole holen. Weißt du sie hier? Okay. Scheissdeckung hier. Ich kann ihn nicht nähen von da. Der trifft mich da nicht. Komm, füri. Ziele dumm ist schwer. Okay. So. Hey, 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 hey. In Ordnung. Gib mir noch mal. Toll. Super. Ich verstehe ihn. Ich verstehe ihn. Dann lässt er nach. Mann. Ich bin mit dem Gefecht aus dem Nachladen. Super. Okay. Hey! War doch doch irgendwo noch Muni, oder? Das dachte ich nicht. Das ist nicht gemeint. Wir haben halt diese mal geschneid. Die Pistole. Nicht zum Gefecht nachladen. Das kann nützlich sein. Die Pistole ist mir eigentlich lieber. Gut, ich habe jetzt mega viel Uzi-Munition. Aber die ist sofort leer. Da ist schon wieder Micro-Uzi. Jetzt noch die Pistole-Muni. Das kann ich nicht benötigen. Ich denke, es geht hier über eine Kumpel. Schrot! 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 Schrot ist Schrot. Was? So! Ich glaube, ich bin wieder alles voll. So, wir sind wieder gewappnet für das nächste Gefecht. Wir haben ihn! Welche Seite? Hier oder hier? Wo kommst du denn her? Wir sehen natürlich die Hälfte. Okay. Hier ist aber nichts. Da muss man einen Hinterhalterraum haben. Kein Schätzchen da. Wahrscheinlich hat das... Ah, schau jetzt! Ja. Vielleicht stand ich jetzt nicht da, ohne dass ich es so war. Kann ich da hinten hoch? Ah! Schau mal runter. Zuerst hier schauen. Gut. Gut. Lauf da. Schon noch keine Schätze mehr entdeckt. Welche Seite? Spielt das eine Rolle? Das ist jetzt eine Frage. Komm ich da rüber? Geht es weiter? Da habe ich den Schatz verpasst. Das ist sicher, wenn du auf der rechten Seite wärst. Schätzchen, komm. Hier kannst du nicht über einen Gumpen. Das schnallt er dann nicht. Das ist jetzt hier dran. Das darf ja nicht wahr sein. Nein! Ich kann nicht mehr zurück. Schau. Ich habe jetzt eine sehr schlechte Szelle geschaut. Ah, gut. Perfekt. Ja, super. Super! Scheisse. Schauen wir mal, hier rechts oben ist... Ah, da ist auch noch ein Hebel. Da muss es sogar. Den müssen wir sicher betätigen. Sobald wir hier steigen. Okay. Ich hoffe, es tut hier nicht so schwierig, wenn wir zurückspringen. Wenn er soll, dann geht es. Schauen wir mal, was in diesem Turm ist. Hm. Gut, Reiki. An die Kette. Steine. Er ist hier drüben. Er glitscht in die Wand. Glitsch, Josef. Dumm sieht ein bisschen baufällig aus. Mal gucken. Warum ist sie da? Ich hoffe, das ist nicht versteckt. Let's go! Lass mich rein! Jetzt checken wir das mal. Oh! Oh, oh, das wusste ich nicht, dass das so schnell gehen muss. So, mach auf! Ah, das ist geschlossen. Geh mal weg! Na gut. Jetzt zum Hafen. Hoffentlich ist das Boot noch da. So. Dann beenden wir die Aufnahme, oder? Oder nächstes Mal weiter? Jetzt kommen wir gar keine Nöme, wenn wir schon... Jetzt kommen wir gar keine Nöme, wenn wir schon...